In diesem Teil meines Crashkurses möchte ich dir zeigen, wie du einen Link zu einer Teams-Besprechung erstellen kannst, mit dessen Hilfe man an der Besprechung teilnehmen kann, ohne dass man ein Konto an der Schule hat. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn du zum Beispiel einen virtuellen Elternabend organisieren möchtest. Um die Besprechung zu planen, gehst du im linken Bereich auf den Punkt Kalender. Rechts oben im Dropdown-Feld wählst du nun Besprechung planen. Ich plane nun einen Elternabend für die 2C-Klasse. Diese Beschreibung kopiere ich gleich und füge sie auch hier bei den Details ein. Das ist allerdings nicht unbedingt notwendig. Ich lege dann noch den Zeitpunkt fest, beispielsweise am Freitag um 18.30 Uhr. Die Besprechung dauert dann bis 20 Uhr. Als nächstes hättest du nun hierbei erforderliche Teilnehmer hinzufügen die Möglichkeit, alle Eltern der Kinder aus deiner Klasse per E-Mail hinzuzufügen. Das ist aber nicht nur mühsam, sondern auch sehr langwierig. Ich möchte dir daher nun in diesem Video zeigen, wie du nun einen Link generierst, mit dessen Hilfe die Eltern der Kinder deiner Klasse ohne Office-Konto und ohne Anmeldung an der Besprechung teilnehmen können. Dazu füge ich bei erforderliche Teilnehmer nun mich selbst hinzu. Ich gebe dazu die E-Mail-Adresse ein, mit der ich bereits angemeldet bin. Es erscheint hier nun zwar eine Fehlermeldung, keine Ergebnisse gefunden, da es eigentlich nicht vorgesehen ist, dass man sich selbst als erforderlichen Teilnehmer hinzufügt. Klicke ich allerdings nun mit der Maus hier in den grauen Bereich daneben, wird meine E-Mail-Adresse trotzdem übernommen. Mit einem Klick auf Senden wird nun die Einladung generiert. Öffne ich nun diesen Termin Elternabend 2c erneut, erscheint nun hier im unteren Bereich eine neue Zeile und zwar wurde nun der Link an Microsoft Teams Besprechung teilnehmen generiert. Mit einem Rechtsklick auf diesen Link und Link kopieren habe ich den Link nun in meine Zwischenablage kopiert. Wenn ich den Link nun zu Demo-Zwecken einmal hier einfüge, siehst du, dass es ein sehr langer und ziemlich komplexer Link ist. Diesen Link beispielsweise abzutippen ist einfach unzumutbar. Darum möchte ich dir nun noch eine Möglichkeit zeigen, wie du diesen Link noch kürzen kannst. Ich nutze dafür gerne die Seite www.t1p.de und erzeuge damit Kurzlinks. Hier im Bereich Ihr Link kannst du nun den Link angeben und mit einem Klick auf Link kürzen wird nun hier ein Kurzlink erstellt. Über diesen Link t1p.de slash o1c6 kann nun das Teams Meeting erreicht werden. Möchtest du hier eine benutzerdefinierte Adresse haben? Kannst du unter dem Punkt eine Wunsch-URL auch hier deine Wunsch-URL angeben. Dann die Verfügbarkeit dieser URL prüfen und auch den Link kürzen. Für meine Zwecke reicht nun allerdings dieser Link. Ich kann diesen nun kopieren und wenn ich zurück zu Teams wechsle, siehst du nun im Vergleich, wie kurz dieser Link ist und es wäre also auch durchaus möglich, diesen Link auf einem Elternbrief auszudrucken und so den Kindern mit nach Hause zu geben. Bevor du nun diese Aktualisierung speicherst, würde ich dir noch einen Blick in die Besprechungsoptionen empfehlen. Hier kannst du jetzt noch festlegen, dass beispielsweise niemand außer dir den Wartebereich umgehen kann. Jeder, der sich also dann in dein Teams Meeting einwählen will, landet zuerst in der Wartelobby und du musst jede Person einzeln dann genehmigen und in den Raum eintreten lassen. Den Punkt Wer kann präsentieren, lasse ich auch auf nur ich. Ich speichere dann und kann dieses Tab wieder schließen. Solltest du später einmal noch etwas ändern wollen an deinem Termin, kannst du in jeder Zeit über den Kalender wieder öffnen und hast auch natürlich hier wieder Zugriff auf den langen Link oder hier habe ich mir extra den Kurzlink eingefügt und kann auch jederzeit wieder auf den Kurzlink zugreifen. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen, beispielsweise einen virtuellen Elternabend einfacher zu organisieren.